Wenn ich ein Geld bekomme, jeden Monat, 328 Euro, manche Kollegen sogar nebenbei ein bisschen arbeiten, ja, zack, 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 ein bisschen Geschäfte machen, tschau, 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 das verdiene ich in meiner Heimat nicht mehr im Monat. Was wollt ihr denn? Ich habe mit euren Gesetzen nichts zu tun. Warum? Ich habe eine ganz andere Religion, eine ganz andere Mentalität, eine ganz andere Kultur. Eure Gesetze gehen doch gar nicht. Das ist für euch gemacht. Ihr habt doch sowieso keine Eier. Eure Männer haben keine Eier. Eure Polizei kann die Kinder nichts machen. Ich kann die anspucken. Die können gar nichts machen. Ich kann hingehen jemanden kaputt schlagen. Die können nichts machen. Was willst du machen? Was willst du machen? Du hast in dein eigenes Land gar nichts zu sagen. Europolitiker, ach, bla 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 bla. Die reden, reden, reden. Wie kann das sein, dass du in deinem eigenen Land, ja, du hast die ganzen Jahre, bist du, keine Ahnung, wie alt geworden bist, gearbeitet. Jetzt musst du sogar Flaschen sammeln gehen, damit du klarkommst. Und Europolitiker reden, 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 wollen alles besser machen, ja. Wir haben keine Eier. Wir haben keine Eier, eure Leute. Jetzt sind die Wahlen, deutsche Bürger beschweren, 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 beschweren. Und dann ganz schnell alles vergessen. Ich bin gekommen, ich gehe nicht mehr zurück. Egal was. Selbst wenn die sagen, die Zeit ist, zurückzugehen, ey, ich gehe, anderes Land, andere Grenze. Komm nochmal rein. Ja, du hast noch gesehen, Bundeswehrsoldat, hat sogar Fingerabdrücke gemacht, haben die nicht mal gemerkt, dass der Deutsch ist. Der ist Deutsch, hat keiner gemerkt. Ja, was machen, was machen? Was wollt ihr machen? Wir scheißen auf eure Gesetze. Wir scheißen auf eure Kultur. Wir scheißen auf eure Mentalität. Wir scheißen auf eure Polizei. Eure Richter haben keine Eier, ja. Wir packen eure Frauen an, ja. Wir machen, was wir wollen. Schubsen, treten, spucken, bluh. Was wollt ihr machen? Was machen? Scheißegal. Ich bin gekommen, ich bleib hier. Frankreich schon vorbei. Belgien vorbei. Holland sowieso vorbei. Jetzt Deutschland.